Vrintasana ist die Bezeichnung für ein Seil hochklettern. Im Shri Tattva Nidhi wird das beschrieben. Du nimmst ein Seil, das von der Decke hängt und dann kletterst du nach oben, indem du ein Arm nach dem anderen nach oben bringst und dich so hochhebst. Das ist natürlich zum einen eine gymnastische Übung, die sehr viel Kraft erfordert, aber du könntest auch sagen, du willst den Himmel auf die Erde ziehen und du setzt dich auf die Fasen und gibst die Arme nach oben und ziehst so nach unten und stellst dir so vor, entweder, dass du von oben Energie nach unten bringst oder dass du dich nach oben zum Himmel bewegst, raus aus diesen irdischen Sphären der Dualität, manchmal des Streites und manchmal auch der Frustration. Manchmal hilft es dir vorzustellen, dass du wie an einem Seil nach oben kletterst zum Himmel, um dich zu regenerieren und mit neuer Kraft aufzuladen.